Übung 2 für den unteren Rücken. Die Ausgangsposition ist eine sehr angenehme. Man liegt auf dem Bauch, streckt Arme und Beine komplett weg, die Daumen zeigen in die Höhe und nun hebt man abwechselnd das linke Bein und die rechte Hand und das rechte Bein und die linke Hand. Der Kopf kann damit den Armen und mit den Händen ein wenig mitgehen. Man spannt die ganze Zeit das Gesäß und den unteren Rücken voll an.